Am Kronenplatz gibt es eine Veranstaltung, ihr seht was für eine Schlange und die Leute dürfen da rein nur mit dem Impfnachweis, Polizei kontrolliert und ja, die bekommen ein Bändchen auf dem Arm, Armbändchen. So sieht es aus. Ich filme extra von sehr weit, ich werde auch nicht zoomen oder so, dass man Personen nicht erkennen kann. Aber ihr Lieben, ich als ungeimpft kann hier zur Seite auch Musik hören. Ja, ich kann mir was zum Essen da von diesem Stand kaufen, schöne leckere türkische gefüllte Oliven. mit türkischem Rot und dann kann ich ein bisschen hier diese Symphonie hören, wenn ich will. Und jetzt, wir feiern hier. So ist es? Also, dann sehen wir, wie lange sowas geht. Das war wirklich fünf eiche vier. Wenn wir so wissen, würden Sie ja 81 oder bis 2, fünfvrs Würfel ditchieren. Das war unsere Tür.